Es ist wieder Unboxing-Zeit und zwar mit Lines of Lydia von Spielefable. Hallo, hier sind die Hau, sie ist Tanja, Thorsten und natürlich Familie Enterich. Ja, wir haben mal wieder ein Spiel zum Auspacken und ja, das geht natürlich wieder ruckzuck hier bei uns. Geht das oder brauchst du? Ja, ne, ich glaube das ging jetzt schon so. Wir machen natürlich als erstes wieder die Folie ab. Das blende dann vielleicht nicht so. Ja, haben wir überhaupt den Ton an? Ja, den Ton haben wir an. Musste ich mal eben schauen, ob überhaupt Ton an ist. Ja, das ist ein Spiel, was auf jeden Fall sehr interessant klingt, ist für zwei bis vier Spieler. Wahrscheinlich etwas komplexer, weil wir spielen ab zwölf Jahre. Ja, und 30, 60 Minuten haben wir Spieldauer drauf und das Spiel, ich zeige euch das mal vorne wie immer, dann einmal die Seite. Also der Karton sieht schon mal sehr schön aus, alles einheitlich vom Design. Sogar das Logo vom Spielefable ist nicht grün, sondern es ist hier braun. Und hier haben wir hinten einmal, wie das von hinten aussieht. Ja, und hier steht auch direkt, es ist mit Erstauflage mit acht Erweiterungen schon. Und ja, dann schauen wir doch mal direkt in diese schöne Kiste rein, was uns da erwartet. Interessant finde ich auf jeden Fall schon mal, dass wir thematisch hier in Persien sind, glaube ich, Königreich des Krösus. Es geht um die erste Währung nämlich. Eine Anleitung. Die Anleitung. Und es riecht wieder frisch, wie du immer sagst. So was liebe ich, ja. Also wir sind in Summe tatsächlich bei, ach, die sind gar nicht durchnummeriert gerade, sehe ich das richtig? Doch, an der Seite steht Zeit. Ach, da ganz klein, sieben, 16 Seiten inklusive der acht Erweiterungen. Da hast du ein bisschen was zu lesen. Aber auch schön gut bebildert, wie man es kennt. Bin schon ganz gespannt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf das Spiel. Und eine Menge zum Pömpeln. Genau. Und ja, hier haben wir dann einmal das, was man so ausdrücken kann. Einmal Vorderseite, Rückseite. Ja, genau so wie hier. Schaut einmal von vorne. Und die Qualität sieht gut aus, nicht? Schön stabil. Ja, schön stabil. Und lässt sich auch alles super rauslösen. Kaum Nippels, gar keine Nippels, die man hier sonst immer wegmachen muss. Finde ich ganz gut. Schauen wir mal, was das andere so ist. Hier geht schon was raus. Und hier sind scheinbar die Marktauslagen und tausend für die Spieler. Wir haben die klassischen Spielerfahrung. Ja, sagt mir zu, ist schön dick, die Kartonage. Vorder- und Rückseite. Beidseitig bedruckt, mag ich auch immer. Hier haben wir einen Spielerblock für die Ergebnisse. Einseitig bedruckt. Und was mir wieder gefällt, ist hier jetzt schon sehr viel Holzmaterial. Ja, das sehe ich auch schon. Und Beutelchen. Und sogar Rundbeutel, guck mal. Rundbeutel, ja. Das ist auch sehr praktisch. Seht noch sehr schön aus, ne? Muss man sagen, ne? Also hier haben wir jetzt hier, seht ihr? Das sind rund die Beutel. Da kann man natürlich sehr schön mit der Hand rein. Bleibt nichts in der Ecke hängen, gerade bei großen Händen. Genau, kommst du mit deiner Hand überhaupt rein? Ja, das geht. Und guck mal, du kannst die sogar, ich nicht, aber du kannst die sogar als Handschuh nutzen. Ich kann als Handschuh nutzen, ja, super. Ja, wir haben hier vier von diesem Beutelchen. Was finden wir noch? Münzen, auf jeden Fall, die sogenannten Löwen von Lydia. Ja, die haben wir dann. Ja, die sind aus, ne, doch, die ist Pappe. Das ist Pappe. Das ist Pappe. Und? Wobei, nee, Holz. Das ist Holz? Das ist bedrucktes Holz? Das ist bedrucktes Holz. Das kann auch sein. Das ist tatsächlich keine Pappe, das ist Holz. Ah, das sind diese Laserstandsteile, ne? Ja, das riecht man auch so gelasert. Ah, und dann ist das bedruckt. Interessant. Das finde ich toll. Das ist also, Und, ja, hier haben wir die Spielertableaus, denke ich mal. Vor der Rückseite sind nämlich alle gleich. Und, ja. Spielertableaus. Was finden wir denn noch? Viele kleine Tüten mit Token. Eine Tüte mit ganz vielen Tüten. Was ist das? Wir kennen das Spiel selber noch nicht. Also wir sind jetzt völlig... Irgendwohnen oder was soll das darstellen? Sieht auf jeden Fall witzig aus. Und ist auch wieder Holz. Ah, der Miepel sieht ja hier klasse aus. Ja, das ist der König Krosos. Das ist der König Krosos. Also der gefällt mir ja schon. So ein Holzmiepel in meiner Farbe in Lila. Schaut mal, der sieht doch witzig aus. Der hat ja irgendwie was im Stab in der Hand. Dann haben wir hier zumindest schon mal die ersten Spielerfarben. Die klassischen Miepel in Blau, Rot, Gelb und Grün. Und Lila. Jetzt habe ich ein Problem, wenn ich spiele. Nämlich, nein. Das sind die Spielerfarben. Ach so? Die werden wahrscheinlich für irgendein Modul oder für eine Erweiterung gebraucht. Meinst du nicht, dass das Spielefarben ist? 100 Pro, weil guck mal hier. Die Tore sind auch in den Spielerfarben. Genau wie auf den Tways. Okay. Lila ist keine Spielerfarbe. Keine Spielerfarbe. Nein. Hm. Na gut, dann werde ich grün nehmen, wenn wir dann spielen. Aber hast recht. Hier haben wir alles auch in den anderen Spielerfarben. Sieht man ja auch hier am Tableau. Guck mal hier. Ah. Aber ja, du hast glaube ich recht mit dem Brunnen. Der wird wahrscheinlich hier zentral in die Mitte gestellt. Wir haben also nachher was schönes Optisches sogar auch. Ja, und hier haben wir dann verschiedene Holzsachen. Ja. Der einfache Miepel. Hm. Hier sind irgendwelche... Waren. Sechsecke, Waren. Warensteine. Warensteine oder so. Da sind ja auch irgendwelche Sachen draufgedruckt. Hm. Ja, dann Holztore. In den Spielerfarben. Goldene Miepel. Interessant. Und in Silber haben wir hier irgendwelche... Säulen. Säulen. Es können Säulen aus Holz sein, ne? Säulen, ja. Also eine Menge Material auf jeden Fall. Ja. Material gefällt mir schon mal sehr. Sehr ansprechend, ne? Hier haben wir das Silberne. Ihr seht, es glänzt richtig. Also es hat auf jeden Fall Auffordungscharakter, weil... Ja, das... Ich finde, das hat schon was. Und hier an der Seite, guck mal, hier werden die Tore bestimmt aufgestellt. Und die Sachen. Mal eben schauen, wie ich das hier aufkriege. Jetzt haben wir hier keinen Anfang. Ja, Messerchen. Genau, geht vielleicht schneller. Achtung, Frau mit Messer. Aber es funktioniert. Die hat es ja hier schon gezeigt gehabt, genau. Die habe ich schon gezeigt, ja. Und jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, was das sind. Vielleicht Auftragskarten, keine Ahnung, Sammelkarten. Also irgendwelche schönen, bunten, sehr schön gestaltete Karten. Ganz viele, wie ihr hier seht, ne? Also... Auch rückseitig. Genau, beidseitig bedruckt. Und die sehen wirklich interessant aus, ja. Muss man sagen. Dann habe ich hier noch vier kleine Karten. Beidseitig bedruckt. Mal der Brunnen, deren wir euch gerade gezeigt haben. Nochmal drauf. Genau, einmal mit Wasser und einmal ohne. Ja, stimmt. Einmal läuft er, einmal läuft er nicht. Was auch immer das bedeutet, das werden wir uns jetzt in Ruhe anschauen. Ja, und wir sind schon gespannt auf das Spiel. Wir freuen uns schon, das auszuprobieren. Und werden euch natürlich darüber berichten, wie uns das Ganze gefallen hat. Also, Material gefällt mir schon sehr gut. Karton leer. Karton leer, so sieht er von innen aus. Ja, und das war's für heute. Wir sagen Tschüss, die Hause ist Tanja. Torsten. Und Familie Interich. Tschüss. Tschüss.